Hannover 96 hat sich am Freitagabend mit einer starken Leistung ein unter dem Strich verdientes 0-0-Unentschieden gegen Borussia Dortmund erkämpft. Aus einer insgesamt gelungenen Mannschaftsleistung der Niedersachsen stach einer jedoch nochmals hervor, Lindenmeiner. Einer überstrahlte im Heimspiel der Hannoveraner gegen den WVB alle, Lindenmeiner. Der erst 19 Jahre junge Offensivspieler legte eine überragende Leistung auf den Platz und ließ so sogar die Stars der Dortmunder Mannschaft in seinem Windschatten stehen. Mit unwiderstehlichen Dribblings besonders in Erinnerung bleibt ein Lauf über die rechte Seite, an dessen Ende Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney verdutzt ins Leere gerätschte starken kämpferischen Einsatz und einer überragenden Laufleistung, zog der U20-Nationalspieler die staunenden Zuschauer in seinen Bann. 78% gewonnene Zweikämpfe als Angreifer und insgesamt 12 zurückgelegte Kilometer sprechen eine deutliche Sprache und brachten meiner letztendlich auch die mehr oder weniger alternativlose Wahl zum Spieler des Spiels ein. Und das in seinem erst-zweiten Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Die Niedersachsen, die in der Sommerpause durchaus aar-unitiv auf dem Transfermarkt waren und mit mehreren Neuzugängen in die neue Saison starten, hatten ihren neuen Hoffnungsträger und vielleicht besten Neuzugang in Person von Main A vielleicht bereits schon länger in den eigenen Reihen. Main A war erst in dieser Saison aus der U19 kommend in den Profikader aufgerückt und macht mit seinen starken Leistungen in der Vorbereitung und den ersten zwei Bundesliga-Partien Hoffnung auf mehr. Sollte der gebürtige Berliner seine überragende Form konservieren können und sein Überbordendes Potenzial auch in den kommenden Wochen auf den Platz bringen, dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis Bundestrainer Joachim Löw das erste Mal bei Hannovers neuem Supertalent anklopft. Bis zum nächsten Mal.